Hallo liebe Freunde, hier ist er wieder, euer Ashtar. Wie ihr unschwer erkennen könnt, befinden wir uns immer noch auf der Straße, wir sind immer noch im Bus und wir suchen die Sonne. Denn abgesehen von der Sonne in unserem Herzen, haben wir selbst im westlichsten Spanien hier noch nichts gefunden, was sich auch nur annähernd wie ein Sonnenstrahl anfühlt oder so aussieht. Sollten wir so etwas finden, sagen wir euch natürlich sofort Bescheid. Dass auch das sogenannte schlechte Wetter keine Stimmungsbremse sein muss, das haben uns gestern ein paar Spanier gezeigt. Die haben nämlich eine Slackline 30 Meter über das Meer gespannt und sind da rumbalanciert. Das war schon ein Hauch Abenteuer. Das hat sicherlich sehr viel Spaß gemacht. Sehr viel Spaß machen wird auch heute Abend auf Nuo Viso der allererste Nuo Vision Song Contest, wo ich in der Jury mit dabei sein werde. Und ich würde sagen, wenn ihr Bock auf ein bisschen Lebensfreude habt, wenn ihr Bock auf ein bisschen Musik habt, dann schaltet heute Abend unbedingt ein auf Nuo Viso TV Live, der Nuo Vision Song Contest. Dann noch eine weitere wichtige Meldung. Die Fortsetzung dieses Reisevlogs, die wird nicht auf dem Deframing Channel stattfinden, sondern nur auf meinem ganz privaten Kanal Astar777. Hier unten auf dem Deframing Channel in der Rubrik Netzwerk zu finden. Ansonsten einfach eingeben in der Suchleiste. Bitte folgt mir, abonniert den Astar777-Kanal und verpasst nichts mehr, was auf dieser Reise stattfindet. Das war es schon wieder von mir. Ich melde mich bzw. ihr seht mich ja dann heute Abend auf Nuo Viso. Und ich wünsche euch alles Liebe. Bleibt sauber und geschmeidig. Wir sehen uns allerspätestens in der nächsten Dimension. Wenn ihr dabei seid, heute Abend schon auf Nuo Viso. Bless up yourself! Tschüss! Tschüss!